Wenn man sich die letzten Tage mein Depot anschaut, dann muss man schon sagen, es läuft wieder besser. Eine Outperformance ist gegeben gegenüber allen anderen Indizes, aber das ist eben nur der Blick auf die letzten Tage. Schaut man sich das Ganze seit Depotauflage an, Anfang 2022, dann habe ich weiterhin im Moment über diese gesamten, ja das sind jetzt zweieinhalb Jahre, eine Performance von nur 2,59%, wo alle anderen Indizes oder die meisten anderen Indizes oder hier in dem Fall als Vergleich ETFs eher so zweistellig auf jeden Fall performen. Das heißt, ich konnte in diesen zwei Jahren, zweieinhalb Jahren im Moment eher eine Underperformance zeigen. Und das, obwohl, wenn man sich mal auf die Gewinner und Verlierer, beziehungsweise hier mal auf die Topmover der letzten zwei Jahre fokussiert, ich einige Aktien hatte, die, ja ich sag mal, No-Brainer waren, wie zum Beispiel eine Microsoft, ja die sehen wir hier im Depot, aber auch andere Aktien, wo ich genau noch weiß, dass ich dafür definitiv kritisiert wurde, diese ins Depot zu legen, wie beispielsweise eine Palantir, wie beispielsweise auch eine NVIDIA. Heute würde man sagen, klar war ein natürlicher Kauf, 600% Performance, aber damals, weiß ich noch ganz genau, haben mir alle abgeraten, in den Chipsektor zu investieren oder hier auch eine AMD oder eine ASML weiter unten, weil sie laut der damaligen Meinung noch viel zu teuer waren. Und ich bin damals aber schon mit der Argumentation reingegangen, nee, wir werden einen Supercycle sehen bei den ganzen Chips, weil es Richtung KI gehen wird. Und KI war ein großes Thema, lange Zeit bei meinem Kanal. Und obwohl ich viele dieser Topmover oder dieser Positionen habe, die sehr, sehr gut gelaufen sind, wie zum Beispiel auch eine Crowdstrike oder ein Metauch damals, ganz klar, als ich das Video gemacht habe, viel Kritik bekommen, gibt es eben sehr viele Aktien, die sehr gut bei mir im Depot performen. Und wenn man sich mal auf die Topverlierer konzentriert, dann muss man auch hier sagen, ja, das waren alles oder ein Großteil dieser Positionen bis auf DC Limited, aber ein Großteil der anderen Positionen waren Moonshots. Das heißt, ich habe einen ganz kleinen Betrag genommen und investiert und einfach mal mit dem Ziel, zehn Jahre mal liegen zu lassen, mal gucken, was aus diesen Technologieunternehmen einfach wird. Ja, was zum Beispiel hier mit der CRISPR-Cas9-Technologie wird. Wenn ich mir Editas oder Intellia anschaue, was hier mit dem KI-Bereich wird bei Upstart oder bei Biontech, auch die ganzen Krebsmedikamente, die dann aber eben das Ziel haben, eben diese Aktienpositionen erst in vielen, vielen weiteren Jahren anzuschauen. Das heißt, wenn man sich mal das hier zum Vergleich führt, hier eher ein bisschen mehr investiert, sehr, sehr gut performt, hier weniger investiert und schlecht performt. Und gleichzeitig habe ich ja etwa elf Gewinner, elf Verlierer. Wieso kommt oder wo kommt jetzt diese Underperformance her? Ja, und es liegt im Endeffekt an drei Positionen. Ja, das liegt zum einen an einer Fehlinvestition, von der ich mich auch getrennt habe. Die meisten Zuschauer werden es wissen. Das war Thunderful, die mich jetzt hier auch realisiert einiges an Verlust gekostet haben, nämlich 3.500 Euro, was ich verloren habe, was ich realisiert als Verlust habe. Wenn man diese mit berücksichtigen würde, dann wäre ich jetzt irgendwo im Rahmen vom MSCI World, so ganz grob. Und dann muss ich eben jetzt nochmal zwei Positionen ganz besonders hervorrufen. Diese zwei Positionen haben dafür gesorgt, dass mein Depot letztes Jahr zur gleichen Zeit, also im Sommer letzten Jahres, eine massive Outperformance gezeigt hat. Aber seit dem Sommer letzten Jahr bis jetzt, naja, eine deutliche Underperformance mir jetzt diese Aktien liefern. Das sind meine zwei größten Positionen. Ich denke, es wird euch nicht überraschen. Paradox und SoFi. Bei beiden oder an beide halte ich fest, obwohl jetzt auch mehr Kritik aus der Community ein bisschen, die Kritik aus der Community lauter wird, dass ich mich von diesen Aktien auch trennen sollte. Ich nenne das Ganze zwar Community Depot, weil es vor allem den Sinn hat, euch vollkommen 100% transparent zu zeigen, was ich mit meinen Aktien mache und mit meinen Depot-Positionen. Aber die persönliche Entscheidung, was ich mit diesen Aktien mache, liegt natürlich ganz bei mir alleine. Und ich sehe weiterhin diese beiden Aktien als deutlich unterbewertet gegenüber dem Ziel, was sich aus meinem Investment Case für diese beiden Aktien ergibt. Und wenn ich diese Position hier mir anschaue, dann kommt hier wirklich tatsächlich diese Underperformance aus meinen zwei Top-Positionen, die auch schon ein Drittel fast meines Depots ausmachen. Das heißt, wenn man sich weiter mal zusammenhockt und sich mal einfach mal die Analyse hier anschaut bei mir, dann habe ich eben weiterhin ein sehr konzentriertes Depot. Dieses sehr konzentrierte Depot habe ich nicht aus Jux und Dollerei, sondern dieses sehr konzentrierte Depot habe ich mir aufgesetzt, weil ich eben eine ganz spezifische Anlagestrategie verfolge. Diese Anlagestrategie bezieht sich darauf, dass ich Aktien oder Unternehmen kaufe, oder Aktien kaufe von Unternehmen, bei denen ich mich im Detail sehr, sehr intensiv auskenne, sehr intensiv auch Recherchen durchführe. Und das führt dann auch wiederum aus anderer Kritikseite dann dazu, dass es heißt, ich habe ein sehr beschränktes Bild in meinem Aktiendepot und ich könnte ja hier 100 Positionen aufbauen, also so eine Art eigenen ETF aufbauen. Das möchte ich gar nicht. Ich will mich weiterhin auf Positionen fokussieren, wo ich mich so gut auskenne, dass wenn ich nachts irgendwo geweckt werde und mich der CEO anruft und sagt, hey, ich brauche jetzt mal deine Meinung. Ich weiß, das ist jetzt ein komplett utopisches Bild, aber nur vom Verständnis her, dass ich wirklich zu jeder Zeit so gut wie alle Fragen beantworten kann. Ich bin natürlich kein Aktien- oder kein Unternehmensinsider, weder bei Paradox nicht noch, bei Sofa nicht, bei Meta nicht, und bei den anderen Unternehmen nicht, aber ich möchte mich im Detail so gut auskennen, mit dem Ziel, dass es eben, wenn es wieder am Markt zur Situation kommt, wo eine Aktie relativ stark fällt oder steigt, dass ich dann genau begründen kann, wie sich das Ganze auf die Bewertung auswirkt, auf die Produkte auswirkt, damit ich dann irgendwann auch feststellen kann, wenn eine Aktie beispielsweise massiv korrigiert, dass es dann zu dem Zeitpunkt eine Nachkaufgelegenheit ist und nicht ich irgendwie in Panik gerate, weil ich jetzt zwar sehr viele Positionen im Depot habe, aber mich bei keinem also wirklich auskenne, das sehe ich neben als Risiko, wenn man sehr breit diversifiziert ist, dass ich dann eben tatsächlich rundum komplett zu jeden Fragestellungen oder zu fast allen Fragestellungen jederzeit eine Antwort geben kann. Ich denke, das ist auch der Hintergrund, wieso ihr bei mir weiterhin auch auf den Kanal zuschaltet, weil ich eben wirklich sehr intensive Analysen durchführe und es bei mir immer wieder Informationen gibt zu den gleichen Positionen. Ich weiß, dass ich dadurch nur einen gewissen und sehr engen Markt, sozusagen Zuschauermarkt auf YouTube anspreche. Das ist für mich aber vollkommen okay, denn ich mache das wirklich aus der Hinsicht, weil ich hier mein eigenes Depot aufbaue. Und wen das interessiert, den nehme ich sehr, sehr gerne auch über die nächsten Jahre mit, denn das Ziel wird weiterhin bleiben. Ja, das Ziel wird weiterhin bleiben, hier die gleiche Situation wiederherzustellen wie im letzten Jahr, nämlich eine deutliche Outperformance gegenüber den anderen Indizes. Und ich bin weiterhin eigentlich guter Dinge, denn wie gesagt, wenn man sich mal meine Investitionen im Querschnitt durchschaut, dann gibt es eben diesen, ich kann es euch hier mal ein bisschen aufzeigen, dann gibt es jetzt folgendes Bild. Das hier, ja, das hier ist die Performance-Achse und das hier ist die Gewichtungsaktie. Das heißt, hier sind die Aktien mit der größten Gewichtung bei mir im Depot, das heißt in Paradox, in SoFi und hier sind die ganz kleinen, diese Moonshots. Dann sieht das Bild wie folgt aus, dass ich hier eben in diesem mittleren Bereich eine massive oder deutliche Outperformance generieren konnte schon. Da werden wir uns gleich nochmal ein paar Aktien anschauen, unter anderem auch Nvidia, meinen Top-Performer. Und dann gibt es eben hier auf der einen Seite eben meine zwei größten Positionen, die deutlich negativ an der Performance sind und eben hier ganz rechts. Es reicht für mich eigentlich schon, wenn ich diese Positionen hier, das heißt meine top-größten Positionen, einfach wieder einen positiven Renditebereich bringe, um dann gegenüber dem Gesamtmarkt hier tatsächlich wieder eine Outperformance zu zeigen. Und ich bin immer noch fester Dinge, ja, das sind beides Positionen. Die können auch mal in einem Monat 50% an Performance dann auf einmal auf den Tag legen oder die können auch mal in einem Jahr über 100% an Performance hinlegen und dann werden wir irgendwann mal eher wieder in meinem Zielbereich, wo ich für diese Aktien ausgegeben habe. Für eine Paradox, da habe ich ja vor kurzem euch schon mal ein Video geliefert. Hier ist der Aktienkurs im Moment zumindest in den letzten Tagen weiterhin abgesackt. Das heißt, wenn wir uns das Ganze hier mal anschauen, da gab es hier auch einen Tag mit minus 5% Performance. Das Ganze wurde relativ schnell wieder hochgekauft, aber hier war auch der Hintergrund, dass jetzt ein neuer Analyst auf den Markt gekommen ist und gesagt hat, hey, hier, mein neues Kursziel ist bei 130 Euro, äh, bei 130 schwedischen Kronen. Ich sehe hier immer noch diesen goldenen Bereich als massive Unterstützungszone an, sowohl aus technischer Natur als auch aus Fundamentaldaten, wo ich massiv auch hier weiterhin meine Depot oder weiterhin meine Position bei Paradox deutlich ausweiten würde. Bei SoFi, auch die dümpeln schon eine ganz schöne Weile hier auf diesem Level rum und auch hier sehe ich einfach von der Entwicklung her, was mir das Management abliefert, was mir die Zahlen sagen, eine deutliche höhere, ich sag mal, plausible Bewertung für die Aktie, die im Moment ja schon ungefähr um 100% höher liegen müsste, als wir aktuell sehen. Und diese Entwicklung, dieser Trendbruch, könnte meiner Ansicht nach relativ schnell gehen. Also wenn ich mir hier das Ganze auch anschaue, die Strecke, die wir auch hier im letzten Jahr zurückgelegt haben, dann könnten wir sowas hier von Mai bis Juli, also in wirklich sehr kurzfristigen Zeitbereich, auch hier erneut sehen. Und oh Wunder, es würde sogar relativ gut mit meiner Zielposition zunächst einmal von der Bewertung her zusammenpassen. Und irgendwann wird meiner persönlichen Ansicht nachher keine Anlageberatung, aber irgendwann wird das passieren. Vielleicht passiert das jetzt schon die nächste Woche, vielleicht passiert das aber erst in ein paar Monaten. Ziel wird es auch bei SoFi sein, eben diese ganzen Negativschlagzeilen, die jetzt weniger mit SoFi zu tun haben, sondern ich sag mal, auf den Gesamtmarkt bezogen sind in den USA, mit der Befürchtung, wenn eine Rezession kommt, wenn die Leute arbeitslos werden, dann würden auch einige Banken deutlich leiden. Und dann würde natürlich auch SoFi leiden, weil eben die Kreditausfallraten deutlich steigen. Das ist im Moment ein Risiko, das in der SoFi-Aktie abgebildet wird, wo theoretisch eintreten kann, aber wo ich im Moment einfach wirklich diese faire Bewertung bei der SoFi-Aktie deutlich höher sehe, selbst wenn wir eine etwas schwächere wirtschaftliche Phase sehen. Also das jetzt mal zu meinen beiden größten Positionen. Sehe ich weiterhin mit enormem Kurspotenzial und wenn dieses Kurspotenzial eintritt, dann dürfte es auch hier in meiner Gesamtperformance wieder sehr schnell deutlich besser ausschauen. Jetzt gibt es aber noch ein paar andere Positionen bei mir und da kommen wir jetzt dann in den Bereich, der hier schon deutlich besser ausschaut. Es gibt eine Nvidia und es gibt jetzt zum Beispiel eine Oddity Tech, die ich jetzt auch seit kurzem eingekauft habe, wird wahrscheinlich keiner von euch kennen. Ein Unternehmen, das ich jetzt auch schon vor einigen Wochen vorgestellt habe. Also wir fangen mal mit Oddity Tech an und gehen dann zu Nvidia rüber. Aber Oddity, wenn ich hier mal das Ganze ausschauen, mein erster Zugkauf lag im April und dann habe ich nochmal im Mai zugekauft, auch hier ein Unternehmen, das ich als sehr, sehr spannend ansehe. Ebenfalls ein Small Cap Unternehmen, Headquarters in Israel und auch hier war die Situation, wir erinnern uns zurück, als es hier in diese Phase des Abschwungs gekommen ist, habe ich gesagt, hey hier, sehr gute Situation, ich würde genau jetzt reinkaufen, Unsicherheiten in Israel, politisch gesehen auch in der ganzen Situation, wo es sich dort auch mit der Hamas ergeben hat. Also hier eine sehr interessante Position und ich habe hier zwei Positionen genau in diesem Bereich gekauft. Jetzt gab es dann einen enormen Aufschwung, weil die Quartalszahlen einfach wirklich mega stark waren. Auch darauf habe ich spekuliert und habe auch in meinen Videos gesagt, wieso ich sehe, dass hier die Analystenschätzungen zu niedrig sind, wieso auch die eigenen Unternehmensschätzungen meiner Ansicht nach zu niedrig sind und zu konservativ. Und dann ist genau das passiert, wovon ich ausgegangen bin, nämlich extrem starke Quartalszahlen. Wir haben dann einen Short-Seller-Report gesehen und jetzt die letzten Tage haben wir eine Anhebung der Prognosen und ein Aktienrückkaufprogramm, was hier jetzt eben im Moment auch aus technischer Natur darauf schließen lässt, dass wir hier kurz davor sind, wirklich diese deutliche Zone, die jetzt sich noch als Widerstandszone ergibt, zu durchbrechen. Und dann wäre auch mein Ziel, in den nächsten Wochen, in den nächsten Monaten im Kursbereich um die 55 US-Dollar. Also für mich hier auch weiterhin ein Unternehmen, unbekannt, genau sowas, was mir voll nach meinem Geschmack geht, auch von den Aktien her. Relativ kleines Unternehmen, massives Wachstumspotenzial, ist schon profitabel, hat Cashflow, positiven Cashflow, kann enorm stark wachsen und es gab einfach kurzzeitig so ein paar Unsicherheiten, die ich für meinen Nachkauf genutzt habe und ich gehe weiterhin davon aus, dass wir hier enormes Potenzial, auch weiteres Wachstumspotenzial sehen. Das heißt fundamental, perfekt für mich und für mein Depot auf der einen Seite und auf der anderen Seite technischer Natur, genau hier in die Zone reingelaufen, wo ich gesagt habe, perfekte Nachkaufsituation. Also nicht jede neue Nachkaufgelegenheit ist eine Oddity Tech, die jetzt auch in den letzten Wochen auch deutlich Performance bei mir gebracht hat, jetzt 20% für die Zeit, dass es wirklich nur sehr, sehr kurz bei mir im Depot ist, sehr gutes Signal und auf der anderen Seite hatte ich ja sowas auch schon mit Hims oder auch bei AMD und eben auch bei NVIDIA und auch damals war meine Grundaussagebasis, dass ich NVIDIA kaufe mit der Perspektive, mit der sehr langfristigen Perspektive, dass KI und dadurch bedingt auch wir immer mehr Chips brauchen werden, immer mehr GPUs brauchen werden, die sich vor allem wirklich auf diese großen Serverstrukturen fokussieren, damit man eben tatsächlich Large Language Modelle und so weiter trainieren kann auf diesen GPUs von NVIDIA, war damals schon mein Investment Case eben genau darauf bezogen. Jetzt muss ich dazu sagen, das ging alles viel schneller, als ich mir damals auch ausgemalt habe und auch in meinem Investment Case abgebildet ist. Ich habe schon mal ein paar Gewinne bei NVIDIA mitgenommen, das war zu früh, eindeutig hätte ich die liegen lassen, wäre meine Depot-Performance auch insgesamt besser gewesen. Jetzt muss ich aber auch hier sagen, im Moment stellt sich mir hier auch die Frage, inwieweit NVIDIA nicht überbewertet ist. Ich habe ja ungefähr hier eine Marktgewichtung, ähnlich wie auch im NASDAQ 100. NASDAQ ist irgendwo bei 7%, glaube ich, zwischen 7 und 8% an Gewichtung im NASDAQ 100 von der NVIDIA-Position. Die ist auch massiv angewachsen in der Gewichtung vom NASDAQ 100. Sie ist auch bei mir deutlich gewachsen in der Gewichtung und hier muss ich langsam wieder sagen, es gibt glaube ich Bereiche, im Chip-Sektor vor allem und hier auch vor allem mal auf die NVIDIA-Aktie zurückgeblickt, wo ich sage, dass hier der Markt vermutlich ein bisschen zu stark nach vorne gerannt ist, weil, wenn ich mir mal die ganzen Earnings-Calls auch anhöre insgesamt, dann ist ganz klar im Moment noch rauszuhören, wir gehen voll, wir investieren voll in den Bereich der KI-Anwendungen, der Möglichkeiten für KI und hier gibt es eben ganz viele Unternehmen, vor allem die Großen, vor allem die Tesla, vor allem die Microsoft, vor allem die Meta, die sehr viel investieren, um eben in diesem zukünftigen Schlachtfeld, wer KI dominiert, wird auch weiterhin wachsen können und wird sich auch weiterhin festigen als eines der Top-Tech-Unternehmen. Das heißt, ich sehe aus diesem einen Bereich vor allem weiterhin Investitionspotenzial in die NVIDIA-Aktie oder in die Produkte von NVIDIA besser gesagt und dadurch auch als Investitionsmöglichkeit in NVIDIA. Auf der anderen Seite muss ich hier aber auch die ersten oder muss ich schon sagen, dass ich hier auch die ersten Anzeichen sehe, die darauf schließen lassen, dass wir hier vielleicht auch aus technischen Perspektiven auf der einen Seite einen Top sehen, aber auch gleichzeitig wir fundamental in eine Situation reinlaufen, wo NVIDIA tatsächlich überbewertet ist. Liegt vor allem daran, wir gehen mal hier auf ein grafisches Element zurück, die ich hier auch ein bisschen euch zeigen möchte, nämlich, wie hat sich das, ich sage mal, die Entwicklungen im Bereich von Software oder jetzt auch im Bereich von KI-Learning entwickelt und hier muss man eben sagen, dass das, was wir geschafft haben, eben mit immer mehr Computer-Power zu hinterlegen, das heißt, wir haben immer mehr in den letzten Jahren immer mehr GPUs, immer mehr Chips, immer mehr einfach Rechenpower zusammengestellt und das hat aber nicht dazu geführt oder nicht zwangsläufig dazu geführt, dass wir jetzt irgendwie in einen Bereich kommen, der kurz davor steht, dass wir jetzt hier ein AGE bekommen, also praktisch eine Computerintelligenz, die über das komplette menschliche Wissen hinüber geht und wir dann auf einmal an einem Tag irgendwie eine Entzündungsstufe sehen, wo sich die KI so massiv weiterentwickelt, dass wir dann gar nicht mehr verstehen, was diese KI macht, sondern wenn man sich tatsächlich mal die Entwicklungen der letzten Jahre oder Jahrzehnte anschaut, dann hat einzig und alleine diese deutliche Rechenpower, die wir dazu gewonnen haben, dazu geführt, dass die Entwicklungen in den einzelnen Schritten relativ schnell ging, aber nicht über das menschliche Wissen hinausging, sondern bis zum menschlichen Wissen ging. Beispielsweise, ja, wir haben jetzt hier mit der Bildererkennung beispielsweise zehn Jahre lang gebraucht, bis wir irgendwo in etwa auf dem menschlichen Wissenstand sind oder mit den menschlichen Fähigkeiten, Kompetenzen zusammenwirken. Das heißt, eine Maschine kann jetzt schon seit den letzten acht Jahren in etwa ähnlich wie ein Mensch Bilder erkennen. Also, wenn du ihm ein Bild von einem Panda hinlegst, dann kann es sagen, es ist ein Panda. Das hat relativ lange gedauert, etwa zehn Jahre. Und wenn wir uns hier größtenteils jetzt mal auf den Mathematikbereich konzentrieren, dann konnten wir innerhalb von sehr wenigen Jahren wieder uns in dem Bereich führen, dass die Computertechnologie im mathematischen Bereich, im wirklich sehr intensiven mathematischen Bereich, in etwa jetzt ebenfalls auf dem Level der menschlichen Kenntnis oder Fähigkeiten entspricht. Also, ich rede hier nicht vom Durchschnitt, sondern tatsächlich in irgendwelchen hochwissenschaftlichen, mathematischen Bereichen mit ebenfalls vielleicht auch neuen Lösungsmöglichkeiten, neuen Modellen. Dann hat das eben dazu geführt, dass diese enorme Rechenleistung eben dazu geführt hat, dass wir zwar immer schneller auf dieses menschliche Niveau kommen in neuen Perspektiven, neuen Bereichen, vielleicht auch jetzt in den nächsten Jahren auch das Full-Cell-Driving beispielsweise von Tesla ebenfalls auf das menschliche Niveau kommt, aber wir eben nicht auf dieses Level kommen, dass jetzt eben durch diese immer enormere Rechenleistung wir über das menschliche Wissen oder die menschlichen Fähigkeiten hinübersteigen. Ich hoffe, das war einigermaßen verständlich. Das heißt, diese enorme Rechenleistung hat dazu geführt, dass wir immer schneller in den einzelnen Bereichen etwa auf menschliches Niveau kommen, aber es hat nicht dazu geführt, dass wir übermenschliches Niveau erreichen und irgendwo fehlt hier einfach noch irgendwo was. Vielleicht liegt es wirklich an unseren aktuellen Modellen, also ich sehe es eher weniger im Moment tatsächlich, dass wir beschränkt sind auf die technische Infrastruktur oder zumindest die nächsten Jahre wird es meiner Ansicht nach dazu führen, dass eben dieser super Zyklus, von dem ich noch vor ein paar Jahren gesprochen habe, langsam aber sicher zu Ende gehen wird und wir hier eher feststellen werden, dass wir hier eher ein Problem haben im Software-Bereich oder eben ich sag mal in unseren Modellen, dass diese eben nicht besser werden können als der Mensch, wenn es eben nur auf menschlichen Daten trainiert wird. Dann kann es eben auf menschliche Leistungsniveau steigen, aber nicht darüber hinaus. Das war jetzt vielleicht mal das kurze Fazit. Unterm Strich wird es aber meiner Ansicht nach, das ist eher die wichtige Aussage, tatsächlich dazu führen, dass wir bei Nvidia vielleicht nicht hier sofort das Top, aber ich sehe hier dieses Potenzial, dieses weitere Wachstumspotenzial als eher weniger, als wir das Ganze noch in den letzten Wochen, Monaten gesehen haben und gleichzeitig steigt das Risiko. Das heißt, ich könnte tatsächlich sehen, dass wir bei Nvidia auch mal kurzfristig mal eine 50% Korrektur sehen und das Potenzial oder mein Investment Case, von dem ich hier noch vor ein paar Jahren darauf hingewiesen habe, bekommt schon eher wieder so ein paar Brüche und ich könnte mir auch vorstellen, dass ich jetzt mich hier, wenn ich mir mal zurückgehe auf mein Depot, dass ich mich von meiner Nvidia Position nicht komplett trenne. Ich werde diese Aktie auch auf gar keinen Fall komplett verkaufen. Langfristig wird der Trend über die nächsten 10 Jahre trotzdem auf den Bereich Chips zurücklaufen, alleine auf Grundstein auch der Robotik. Auch da haben wir noch enormes Potenzial, nämlich, dass wir diese menschlichen, diese menschlichen Roboter im Endeffekt, dass wir die auf menschliche Leistungsfähigkeit bringen, wenn das passieren wird. Auch da enorme Nachfrage nach Chips, aber was ich eben sehe, dass es vor allem aus dem Bereich der KI, der künstlichen Intelligenz, wir an einer Schwelle stehen, die sich eben nicht lösen wird, indem wir noch mehr Rechenleistung dahinter her schmeißen, sondern wir eher wahrscheinlich andere Modelle brauchen werden. Deswegen werde ich wahrscheinlich kleinere Cuts bei meiner Nvidia Position durchführen und diese vielleicht, wenn jetzt auch der Aktien-Split am Montag erfolgt, dann habe ich hier keine vier Aktien mehr, sondern 40 und dann kann es sein, dass ich vielleicht mal fünf Aktien wieder verkaufen werde. Das heißt, ich werde ein kleines bisschen wieder trimmen bei meiner Nvidia Position. Grundsätzlich bin ich aber weiterhin guter Dinge, dass ich hier mein Depot sehr gut aufgestellt habe, um auch die nächsten Jahre mir sehr gute Performance zu generieren, denn das Ziel bleibt weiterhin, dass ich eben dieses Depot immer weiter wachsen lassen möchte. Und das Ziel wird es sein, dass ich hier irgendwann in meiner Summe auf 100.000 Euro komme. Davon soll ein wichtiger Teil natürlich von der Performance her kommen. Ich werde aber gleichzeitig auch immer wieder neues Geld in dieses Depot reinschmeißen, in neue Positionen, teilweise neue Aktien, wie zum Beispiel hier einen Audity Tech vor kurzem erstens Depot genommen oder wie eine HIMS vor kurzem erstens Depot genommen. Und ich werde mich aber auch weiterhin auf dem Bereich fokussieren, bei dem ich mich eben gut auskenne. Deswegen wird mein Depot weiterhin relativ tech-lastig bleiben. Wenn du mich die nächsten Jahre verfolgen willst, also wie ich hier mein Depot aufbaue und es vielleicht auch wirklich sehr interessant für dich war, dann habe ich folgenden Tipp für dich. Du kannst hier dieses Depot Update, was ich hier mache und eigentlich fast jeden Monat durchführe, dann kannst du das hier auch wirklich live nachverfolgen. Alles, was ich hier rumklicke, kannst du selber nachvollziehen mit einem Link, das du unter dem Video findest. Und was du auch unter dem Video findest, ist ein Link zu meiner Investment-Plattform und Research-Plattform. Hier kannst du einem Thema folgen, wo du dann praktisch in dem Moment, wo ich eine Position kaufe, also hier zum Beispiel eine Paradox vor kurzem oder hier eine Audit-Tech vor vier Wochen, wenn ich einen Kauf durchführe, dann bekommst du in dem Moment eine E-Mail. Das ist komplett vollkommen kostenlos, auch kein Newsletter, irgendwelcher anderer Scheiß-Werbung oder sowas. Mir geht es wirklich nur darum, ich will 100% maximal transparent mein Depot aufbauen. Ich glaube, das fehlt größtenteils in vielen Bereichen bei anderen, ich sag mal, Influencern, sondern ich will hier wirklich maximal transparent mein Depot einfach abbilden. Dazu gehört zunächst einmal, dass man jederzeit nachvollziehen kann, was ich im Depot habe und dann auch immer nachvollziehen kann, zu welchem Augenblick habe ich welche Aktie gekauft und hier gibt es dann eben sofort in der Minute, wo ich eine Aktie kaufe, eben ein Screenshot oder eine Meldung, ich habe jetzt 50 Aktien gekauft für den und den Kurs und dann kann man immer 100% nachvollziehen, was ich gemacht habe und ich bin eben komplett transparent und ich führe mein Depot hier beim Zero Broker, das ist meiner Ansicht nach der Top Broker in Deutschland, das finde nicht nur ich, sondern wir finden viele andere von der Fachpresse Welt, sag ich mal auch und ich führe hier mein Depot beim Zero Broker und auch hier von der Preis-Leistung her, ja was will man mehr? Einfach ein Depot, wo man wirklich sehr, sehr günstig und da sich schon mal sehr viele Gebühren sparen kann, indem man einfach diesen Neo Broker verwendet und auch hier in Deutschland ansässig, deutsches Unternehmen kann ich einfach nur komplett weiterempfehlen und auch zu denen findest du einen Link unter dem Video. Ich freue mich jetzt auch von euch zu hören, wie eure Depot für Performance vielleicht die letzten Wochen war, ob ihr auch Nvidia im Depot habt, was ihr jetzt vielleicht mit Nvidia macht oder vielleicht auch mit den anderen Chip-Aktien, eine ASML ist auch sehr gut gelaufen die letzten Wochen, schreibt mir das gerne unten in die Kommentare, ja was ihr mit euren Positionen macht und ich freue mich dann wieder euch beim nächsten Video begrüßen zu dürfen. Vielen Dank fürs Zuschalten und bis zum nächsten Mal. Dein GD. Ciao. Dein GD.